Hallo meine Lieben Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Einkauf von Video. Ich habe diesmal online angekauft, weil ich langsam anfangen möchte gewisse Vitamine zu supplementieren, unter anderem jetzt auch B12, aber hauptsächlich ging es mir dabei um die Fluorsäure, denn ich habe gemerkt, die letzten Wochen ist es ein bisschen mit dem Gedächtnis schlechter geworden und deshalb Fluorsäure sehr sehr wichtig. Deshalb habe ich online was bestellt, das ist kein Blödsment, aber das ist der Bio-Veganversand und da habe ich mal eine geräufigerte Scheibe Käse bestellt, optimal zum Schmelzen, aus Kokosfett sehe ich gerade und Hirse vollkommen, geräuchert, sehr cool. Ich habe mal was bestellt, was ich schon sehr lange suche und zwar Topfen, auch Quark genannt, ist super, super nice und vegan, das ist das Beste dabei. Dann habe ich mir kostenlos noch eine Schokolade drauf gelegt, die ist auch vegan, super cute. Ich habe vegane Becken bestellt, bin ich gespannt. Dann habe ich Shedder bestellt, das ist auch wieder von meiner, ohnehin schon Lieblingsmarke, die ich sehr häufig erwähnt habe, nämlich Bio-Life, bin gespannt wie der schmeckt. Und Altnüsse, sowie etwas sehr wichtiges, nämlich wie trainiere ich aktuell wieder mehr. Deshalb brauche ich Proteine, deshalb habe ich mal veganes Eiweißpulver besorgt, denn ohne Eiweiß kein richtiger Muskelaufbau. Und die Präparate hier. Es ist mit B12 Fulsäure, Vitamin B6 und die Präparate hier. Es steht zwar groß, Vitamin B12 drauf, allerdings das Wichtige ist, es ist B6 und B9 drin. Das sind die Vitamine, was ich eigentlich so aktuell supplementieren möchte. Und wenn dann noch B12 dabei ist, hat es einen positiven Nebeneffekt. Ich werde die Produkte die Tage testen und werde euch so mein Feedback dazu sagen. Und ja, das war's dann für das erste Mal. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hiermit bin ich raus. Ciao. Ciao.